Kettlebell Windmill. Die Kettlebell Windmill dient dazu, um eure seitliche Rumpfmuskulatur zu entwickeln. Das schlägt sich dann nieder in einer erhöhten Stabilität auf dem Fußballplatz, so wenn ihr auch rennt, dass ihr möglichst wenig Energie verschwendet und der Körper insgesamt in der korrekten Ausrichtung bleibt, sodass die Energie, die ihr dann produziert, im Boden gibt mit euren Füßen, dass ihr auch effizient in die richtige Richtung gelenkt wird. Bei der Ausführung nehmt ihr die Kettlebell über Kopf, stellt eure Füße, dreht die leicht nach außen und wenn ihr dann nach links unten geht, setzt ihr euch in eure rechte Hüfte rein und wandert, so wie vom Athleten demonstriert, mit dem gestreckten Arm, dem ausgestreckten Bein nach unten und geht so lange runter, solange ihr die Position wahren könnt. Sobald ihr nicht mehr wahren könnt und die Wirbelsäule sich krummelt oder ähnliches und sich nicht mehr gut anfühlt, dann leidet ihr die Gegenbewegung ein. Sobald die Motoren Und nur noch mal kurz hält, wie zum Athleten bandits bis zum Athleten bis zum Athleten und dannose